Hallo und herzlich willkommen bei Beatmaking.de. Mein Name ist PDH Beats und wenn du immer schon mal wissen wolltest, wie eigentlich Autotune live funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran. Als allererstes müssen wir erstmal klären, dass eigentlich gar nicht Autotune gemeint ist wahrscheinlich von dir, sondern der Hard-Pitch-Effekt. Denn Autotune ist eine eingetragene Marke der Firma Antaris, genauso wie Autotune live, was früher ein Plugin war, was heute Autotune Artist einfach nur heißt. Autotune ist halt bekannt geworden durch die Sängerin Sheer, welche im Jahr 1998 ihren Song Believe veröffentlichte, wo ihr Toningenieur rumgespielt hat und diesen Glitch-Effekt der Noten erzeugt hat. Und das kennen wir heute eigentlich als T-Pain-Effekt auch oder halt als Hard-Pitch-Effekt. Wenn man nun aber schon mal bei der Firma Antaris ist, kann man ja mal schauen, was haben die denn da im Angebot, um Autotune live auf die Bühne zu bringen. Und zwar, wie bereits angesprochen hat, Antaris da die Autotune Artist Variante oder auch die Autotune Access Variante. Das wäre die günstigste Variante. Die kostet allerdings 100 Euro und benötigt zusätzlich noch einen PC oder Mac und ein Audio-Interface, wo ihr dann euer Mikrofonsignal in den PC einspeisen könnt. Dabei ist ganz, ganz wichtig zu beachten, dass bei dieser Wandlung von dem analogen Mikrofon digital über zum PC und wieder zurück eine gewisse Zeit nötig ist zum Berechnen, die man auch Latenz nennt. Und diese Latenz kann dazu führen, dass es gerade bei Live-Auftritten zu Verzögerungen kommt, die du selber hörst und die dich selber extrem irritieren, was nicht gut ist. Oder auch einfach zu Latenzen, die sich musikalisch so auswirken, dass wenn du natürlich performst, du so klingst, als wärst du nicht auf den Takt. Das ist natürlich ziemlich blöd und auch ziemlich kompliziert, gerade für jemanden, der gerade erst angefangen hat oder der sich erst mit seinen ersten Auftritten vielleicht ein paar Euros dazu verdienen möchte. Das ist natürlich blöd, wenn man einen PC braucht jedes Mal, wenn man den Interface braucht und es irgendwie kompliziert aufbauen muss. Zudem ist es so, wenn man einen Windows-PC hat, jeder von uns kennt es sicherlich, der stürzt ab und zu auch mal ab. Also wenn du kein Mac hast, finde ich persönlich, ist es nicht die beste Variante, um Autotune live auf die Bühne zu bringen. Was in meinen Augen eine sehr gute und günstige Variante ist, sind die Pedale von der Firma TC Helicon. Ich habe auch ein Ziel, ich zeige dir das mal. So sieht das aus. Ich habe hier das TC Helicon Play Acoustic, was ich auch mit meiner Gitarre nutze, aber es gibt von der Firma TC Helicon auch das TC Helicon Voice Play einfach nur. Das ist dann nicht noch mit Akustikgitarren-Effekten, sondern wirklich nur mit Effekten für deine Stimme. Da hast du dann neben Autotune auch noch Effekte, wie Hall, wie Echo, wie Harmonien und so weiter und so fort. Du kannst dir da Presets einspeichern und das Ganze kriegt man schon für 230 Euro. Und ich finde einfach, das ist so der Dealbreaker schlechthin, weil man braucht keinen PC, man muss nicht irgendwas Umständliches haben. Man braucht nicht jemanden, der den PC für einen bedient, sondern man hat halt nur dieses kleine Gerät hier und kann dann halt über diesen Button hier an der Seite entweder den Autotune-Effekt an- und ausschalten oder auch andere Effekte. Die Presets hier, ich habe mir, was du liebe nennst, von Bowser eingespeichert. Hier, die kannst du einfach durchschalten. Super, super, super simpel und auch hinten einfach zwei Anschlüsse, hat sogar Phantomspeisung und einen Kopfhöreranschluss, dass man damit proben kann. Das ist meine Empfehlung an der Stelle. Wenn du aber sagst, fuck man, 230 Euro sind jetzt vielleicht doch ein bisschen viel, dann hat die Firma TC Helicon auch das Voice Tone C1. Das gibt es schon so ab 150 Euro bei Amazon. Ich packe dir auch alle Links unten in die Beschreibung. Also check definitiv mal ab. Und das ist so der günstige Einsteiger, sage ich mal. Aber für das bisschen Geld mehr würde ich dir dann doch eher empfehlen, dir ein größeres zu holen, weil das Kleine hat halt wirklich, wirklich nur diesen Autotune-Effekt. Es hat nichts anderes. Es hat keinen Hall. Man kann keine Presets speichern. Und was auch wirklich blöd ist, man kann eigentlich nur Dur-Tonarten einstellen. Also Major, ja auf Englisch. Meiner, also Moll-Tonarten geht leider nicht ganz. Also es funktioniert schon über die Dur-Parallele. Und dazu muss man dann halt immer so einen kleinen Poti einstellen, was natürlich blöd ist, wenn man live auf der Bühne ist und man möchte jetzt sozusagen den nächsten Song spielen und man muss jedes Mal an diesem Poti drehen und wenn man den halt falsch dreht, ist halt der falsche Key drin. Und ja, das wäre schon extrem peinlich, wenn es so wäre. Deswegen mit Presets und so. Definitiv meine Empfehlung an der Stelle. Für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr Geld haben, empfehle ich euch auch nochmal, das Voice Live Extrem 3 anzuschauen. Das ist halt vom Preis dann nicht mehr so, dass man sagt, okay, das kauft man sich mal eben schnell. Aber wenn du vorhast, deiner Kreativität noch mehr freien Spielraum zu lassen, dann guck dir auf jeden Fall mal das Voice Live Extrem 3 an. Ansonsten gibt es noch andere Firmen neben TC Helicon. Ich persönlich bin aber ein Mega-Fan von TC Helicon, weil ich damit die meisten Erfahrungen gemacht habe und auch wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen lege ich dir die TC Helicon-Geräte ans Herz. Wenn du aber noch Interesse hast, vielleicht dich mal in andere Richtungen umzuschauen, dann sei an der Stelle gesagt, dass es noch das Tascam TA1VP gibt. Das ist sogar ein offizielles Antares Autotune lizenziertes Produkt. Das ist so ein Reckteil. Also das kann man sich in so ein Reck schrauben. Es hat halt leider keine Fußtaster. Man kann einen extra Fußtaster anschließen, um das auch auf der Bühne zu benutzen. Aber das Gerät ist auch schon etwas älter. Ich glaube, es ist von 2011 und daher nicht mehr so ganz zeitgemäß vom Klang her. Da bieten wirklich diese TC Helicon-Geräte für den Preis in meinen Augen schon wirklich mehr Wert. Ansonsten gibt es noch von der Firma Boss einige Pedale. Damit habe ich persönlich gar keine Erfahrung, aber ich nenne sie einfach mal der Vollständigkeit halber. Da gibt es das Boss VE500, das Boss VE20 für rund 240 und die Firma Roland hat noch ein Gerät und zwar das VT4, welches du dir mal angucken kannst. Ich habe dir alle Links unten in die Beschreibung gepackt, falls du da noch mehr Informationen zu haben möchtest. Falls du noch mal gerne ein ausführliches Video zu dem TC Helicon hättest, würde ich mich freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Aber natürlich auch ansonsten freue ich mich immer über Feedback und Anregungen, über einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke zu drücken. Das wäre natürlich noch Premium. Ich will das Video aber auch gar nicht weiter in die Länge ziehen und deswegen beenden wir das hier. Ja, dann nochmal danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Hier unten findest du nochmal meine Beat-Playlist und hier oben noch ein anderes Video von meinem Kanal. In der Mitte kannst du abonnieren. Würde mich freuen und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin macht's gut und ciao.